Der Status Quo Bias ist ein faszinierendes Phänomen in der Psychologie, das beschreibt, wie und warum Menschen dazu neigen, den gegenwärtigen Zustand oder den Status Quo beizubehalten, selbst wenn objektiv betrachtet Veränderungen vorteilhaft wären. Diese Form der kognitiven Verzerrung beeinflusst Entscheidungen in vielfältigen Bereichen, von individuellen Lebensentscheidungen wie romantische Beziehungen bis hin zu großen unternehmerischen und politischen Strategien. Ich bin Professor Aschok Riem und in diesem Video werden wir den Status Quo Bias ausführlich untersuchen. Wir schauen uns genau an, wie diese Verzerrung Menschen in toxischen Beziehungen verharren lässt, beleuchten Ursachen und Konsequenzen mit Hilfe von Praxisbeispielen und zeigen Wege auf, wie man den Status Quo Bias überwinden kann. Und wenn Ihnen das gefällt, geben Sie dem Video bitte ein Like und abonnieren den Kanal. Was ist also der Status Quo Bias? Der Status Quo Bias ist die Tendenz, den aktuellen Zustand als Referenzpunkt zu nehmen und jede Veränderung von diesem Punkt als Verlust zu empfinden. Menschen, die von diesem Bias beeinflusst sind, bevorzugen Optionen, die den Status Quo erhalten, selbst wenn potenziell bessere Alternativen verfügbar sind. Dieser Bias ist eng mit anderen kognitiven Verzerrungen wie der Verlustaversion und dem Endowment-Effekt verwandt, die ebenfalls dazu führen, dass Menschen unverhältnismäßig stark an dem festhalten, was sie bereits besitzen oder kennen. Das müssen wir uns natürlich mal genauer angucken. Verlustaversion. Die Theorie der Verlustaversion, die von den Nobelpreisträgern Daniel Kahnemann und Amos Tversky entwickelt wurde, ist zentral für das Verständnis des Status Quo Bias. Sie besagt, dass Verluste etwa doppelt so stark wie Gewinne wiegen. Das bedeutet, dass der potenzielle Schmerz, der durch eine Änderung des Status Quo und den daraus resultierenden Verlust entsteht, oft schwerer wiegt als der potenzielle Nutzen der gleichen Veränderung. Der Endowment-Effekt, auch Besitztumseffekt genannt, ist eine kognitive Verzerrung, die beschreibt, wie Menschen dazu neigen, Dingen, die sie bereits besitzen, einen höheren Wert beizumessen als Dinge, die sie nicht besitzen. Dieser Effekt führt dazu, dass Personen mehr Wert auf den Erhalt von Objekten liegen oder Beziehungen, die sie bereits besitzen im Vergleich zu Objekten, die sie erst erwerben könnten. Die Theorie wurde populär durch die Ökonomen Daniel Kahnemann, Jack Nitsch und Richard Taylor, die die Grundlagen für viele moderne Ansätze zur Verhaltensökonomie legen. Dann haben wir noch einen wichtigen Umstand, das ist die Entscheidungsparalyse und die Komplexität der Wahl. Eine weitere Facette des Status Quo Bias ist die Entscheidungsparalyse, die auftritt, wenn Individuen mit zu vielen Optionen konfrontiert werden. In solchen Situationen kann der Status Quo als eine Art sicherer Hafen dienen, der es ermöglicht, eine Entscheidung ohne allzu großes Risiko zu treffen. Dies ist besonders relevant in modernen Gesellschaften, wo die Überflutung mit Optionen und Informationen oft überwältigend sein kann. Im persönlichen Bereich zeigt sich der Status Quo Bias oft in der Unwilligkeit, Job, Wohnort oder Beziehungsstatus zu ändern, selbst wenn objektive Anzeichen darauf hindeuten, dass eine Veränderung vorteilhaft wäre. Viele Menschen bleiben in unbefriedigenden Jobs oder Beziehungen, weil die Angst vor dem Unbekannten und der potenzielle Verlust der aktuellen Situation stärker gewichtet werden, also stärker wiegen, als die ungewisse Hoffnung auf eine Verbesserung. In der Wirtschaft führt der Status Quo Bias dazu, dass Unternehmen an veralteten Geschäftsmodellen, Technologien oder Strategien festhalten, selbst wenn innovative Ansätze verfügbar sind. Dies kann besonders in schnelllebigen Branchen wie der Technologie oder Automobilindustrie nachteilig sein, wo das Festhalten am altbewährten schnell zu einem Wettbewerbsnachteil führen kann. Bestes Beispiel hierfür ist die Geschichte von Nokia. Nokia, einst Weltmarktführer bei Mobilfunkgeräten, hat den Trend und das Aufkommen des Smartphones durch Apple total ignoriert, mit dem Erfolg, dass sie innerhalb von knapp fünf Jahren insolvent geworden sind. Der Status Quo Bias spielt eine bedeutende Rolle dabei, wie Menschen in toxischen Beziehungen verharren. Diese psychologische Neigung, den gegenwärtigen Zustand zu bewahren, kann Personen daran hindern, notwendige Veränderungen vorzunehmen, selbst wenn diese offensichtlich gesünder oder vorteilhafter werden. Das Verbleiben in einer toxischen Beziehung trotz erkennbarer Nachteile illustriert eindrucksvoll, wie der Status Quo Bias individuelles Verhalten tiefgreifend beeinflussen kann. Machen wir noch etwas zum Verständnis des Status Quo Bias in toxischen Beziehungen. Ein zentrales Element des Status Quo Bias ist die Verlustaversion, die Tendenz, potenzielle Verluste stärker zu gewichten als potenzielle Gewinne. In einer toxischen Beziehung könnte dies bedeuten, dass die Angst vor dem Verlust der Beziehung, unabhängig von deren Qualität, größer ist als das erwartete Wohlbefinden durch deren Beendigung. Diese Angst wird oft verstärkt durch Unsicherheit über die Zukunft. Wie wird das Leben ohne den Partner aussehen? Werde ich allein sein und einsam? Kann ich finanziell oder emotionell alleine zurechtkommen? Diese Fragen können lebend wirken und dazu führen, dass der aktuelle Zustand als das geringere Übel erscheint. Es gibt eine Gewöhnung an den Status Quo. Menschen gewöhnen sich an ihre Umstände, selbst wenn diese schädlich sind. Im Kontext einer toxischen Beziehung kann dies dazu führen, dass sich das Opfer an die Dynamik der Beziehung so gewöhnt, dass es Schwierigkeiten hat, sich ein anderes Leben vorzustellen. Diese Gewöhnung kann zu einer Art psychologischer Trägheit führen, wo der Status Quo als Norm akzeptiert wird, auch wenn er schädlich ist. Es gibt das Thema kognitive Dissonanz und Selbstrechtfertigung. Kognitive Dissonanz entsteht, wenn das eigene Verhalten nicht mit den persönlichen Überzeugungen oder dem Selbstbild übereinstimmt. In toxischen Beziehungen kann dies dazu führen, dass das Opfer sein Verbleiben im Status Quo rechtfertigt, indem es positive Aspekte der Beziehung überbewertet oder die negativen Aspekte herunterspielt. Dieser Mechanismus hilft dem Opfer, sich besser zu fühlen, über die Entscheidung zu bleiben. Wir haben, und das wird oft vernachlässigt, eine Rolle der sozialen und kulturellen Faktoren. Soziale und kulturelle Faktoren können den Status Quo Bias verstärken. Beispielsweise können gesellschaftliche Erwartungen an eine erfolgreiche Partnerschaft oder die Stigmatisierung von Trennung das Opfer davon abhalten, eine toxische Beziehung zu verlassen. Hinzu kommt der Druck durch soziale Netzwerke oder Familie, die möglicherweise von den negativen Aspekten der Beziehung nichts wissen oder diese nicht verstehen. Ich habe Ihnen typische Beispiele mitgebracht, um diese Verzerrung noch greifbarer zu machen. Und hier kommen sie wieder, meine Akteure Tom und Sarah. Erstes Beispiel, finanzielle Abhängigkeit und Angst vor Veränderung. Situation, Tom hat in den letzten Jahren den Großteil des Einkommens der Familie verdient, während Sarah Teilzeit gearbeitet hat. Ihre finanzielle Abhängigkeit von Tom hat sie oft davon abgehalten, ernsthaft über eine Trennung nachzudenken, trotz wiederholter emotionaler Misshandlung. Status Quo Bias ist, Sarah befürchtet, dass sie finanziell nicht in der Lage sein wird, sich selbst zu versorgen, wenn sie die Beziehung beendet. Diese Angst hält sie davon ab, Veränderungen vorzunehmen, obwohl sich der toxischen Dynamik bewusst ist. Der Gedanke an den aktuellen finanziellen Status Quo scheint sicherer als das unbekannte Territorium einer Unabhängigkeit. Beispiel zwei, sozialer Druck und das Bild einer perfekten Beziehung. Folgende Situation, Tom und Sarah gelten in ihren Familien und ihrem Freundeskreis als das ideale Paar. Ihre Freunde sehen nur die guten Zeiten, die sie miteinander teilen und sind sich der toxischen Aspekte ihrer Beziehung nicht bewusst. Sarah fühlt sich unter Druck gesetzt, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Status Quo Bias? Trotz der negativen Aspekte ihrer Beziehung mit Tom zögert Sarah, Veränderungen vorzunehmen, weil sie die sozialen Konsequenzen einer Trennung fürchtet. Sie bevorzugt den Status Quo, um das Bild einer glücklichen Beziehung zu wahren, anstatt sich den realen Herausforderungen zu stellen und möglicherweise von ihrem sozialen Netzwerk verurteilt zu werden. Dann gibt es eine Gewöhnung an negative Verhaltensmuster. Über die Jahre hat sich ein Muster in Toms und Sarahs Streitigkeiten entwickelt. Heftige Auseinandersetzungen gefolgt von Versöhnungen, bei denen Tom Entschuldigungen und kurzfristige Verhaltensänderungen anbietet. Sarah hat sich an diesen Zyklus gewöhnt und nimmt ihn als Teil ihrer Beziehungsdynamik hin. Sarah akzeptiert die toxischen Muster als Normalität ihrer Beziehung. Jeder Zyklus von Streit und Versöhnung verstärkt ihre Entscheidung, bei Tom zu bleiben, da sie sich an den vorübergehenden Phasen der Besserung festhält und die langfristigen negativen Auswirkungen ignoriert. Sie fürchtet, dass eine Trennung zu einem noch schlechteren Zustand führen könnte und hält daher am bekannten Leid fest. Der Teufel, den ich kenne. Und da fällt mir zum Thema Verhaltensmuster gerade noch ein Beispiel ein. Das ist nicht unerheblich. Und zwar die Rationalisierung schlechter Verhaltensweise. Tom hat in der Vergangenheit in Auseinandersetzungen oft überreagiert und war verbal aggressiv. Nach solchen Vorfällen entschuldigt er sich jedoch immer wieder und verspricht, dass es nicht wieder vorkommen wird. Sarah möchte glauben, dass sich Tom ändern wird und klammert sich an die guten Zeiten, die sie gelegentlich noch haben. Diese selektive Erinnerung hilft ihr, die toxischen Aspekte der Beziehung zu minimieren und sich selbst davon zu überzeugen, dass es nicht so schlimm ist. Was hat man dann als Ergebnis? Als Ergebnis steht, der Glaube an mögliche positive Veränderungen und das Festhalten an vergangenen guten Momenten halten Sarah davon ab, eine klare Entscheidung zu treffen. Der Status Quo Bias verstärkt ihre Tendenz, den gegenwärtigen Zustand zu akzeptieren, trotz wiederholter negativer Erfahrungen. Nächstes Beispiel, Angst vor Einsamkeit und Unbekannten. Sarah hat im Laufe ihrer Beziehung mit Tom viele ihrer eigenen Freundschaften und Hobbys vernachlässigt. Sie fühlt sich zunehmend isoliert und abhängig von Tom für soziale Interaktion und emotionale Unterstützung. Die Angst vor Einsamkeit und dem Unbekannten hält Sarah in der Beziehung fest. Obwohl sie die toxische Natur ihrer Beziehung erkennen, fürchtet sie, dass das Leben außerhalb der Beziehung noch isolierender und herausfordernder sein könnte. Diese Angst bewirkt, dass sie weiterhin am Status Quo festhält, auch wenn dieser ihr Schaden zufügt. Diese Beispiele zeigen, wie der Status Quo Bias Toms und Sarahs Entscheidungen beeinflusst und dazu beiträgt, dass Sarah in einer ungesunden Beziehungssituation verharrt. Indem sie ihre Entscheidungen und die zugrunde liegenden Ängste reflektiert, könnte Sarah beginnen, Schritte in Richtung einer positiven Veränderung zu unternehmen. Und damit sind wir schon bei Strategien zum Überwinden dieses Status Quo Bias. Das erste ist Bewusstsein und Bildung. Der erste Schritt zur Überwindung des Status Quo Bias ist das Bewusstsein darüber, wie dieser Bias Entscheidung beeinflusst. Bildungsinitiativen und therapeutische Interventionen können helfen, Opfer über die Mechanismen toxischer Beziehungen und die psychologischen Barrieren, die sie davon abhalten zu gehen, aufzuklären. Dann ganz wichtig, unterstützende Netzwerke. Der Aufbau und die Anspruchnahme von unterstützenden Netzwerken können entscheidend sein. Freunde, Familie und Fachleute können emotionale Unterstützung bieten und dabei helfen, die Angst vor dem Unbekannten zu mindern. Dazu gehört natürlich auch, dass man die Entscheidung treffen muss, sich seinen Freunden und seiner Familie gegenüber zu öffnen, um diese sozialen Drucksituationen zu beseitigen. Diese Netzwerke können dann auch praktische Hilfe bieten. In zweifelsvollen Form von Unterkunft und finanzieller Unterstützung, um den Übergang aus der Beziehung zu erleichtern. Schrittweise Veränderungen. Manchmal kann der Gedanke an eine vollständige Trennung überwältigend sein. Kleine, schrittweise Veränderungen können es dem Opfer erleichtern, sich von einer toxischen Beziehung zu lösen. Dies kann den Aufbau individueller Unabhängigkeit über das Erkunden neuer sozialer Kontakte einschließen. Es kann auch hilfreich sein, Strategien zu entwickeln, die Veränderungen fördern. Dazu gehört das Setzen von klaren, erreichbaren Zielen, die Implementierung von Feedback-Schleifen und die Schaffung von Anreizen für Veränderung, also kleine Selbstbelohnungseinheiten, dafür, dass man etwas geschafft hat. Der Status-Quo-Bias ist eine mächtige Kraft, die Personen in toxischen Beziehungen halten kann. Das Verständnis dieses Biases und der Einsatz gezielter Strategien zur Förderung von Veränderungen können jedoch dazu beitragen, dass Betroffene sich aus schädlichen Beziehungsmustern befreien und den Weg zu einem gesünderen, selbstbestimmten Leben einschlagen. Letztendlich ist die Fähigkeit, den Status-Quo in Frage zu stellen und proaktive Veränderungen zu suchen, entscheidend für persönliches Wachstum und Selbstheilung.